Hallo und vlog ist lautsam weg. So, genau, jetzt sind wir nur noch zweit. In der Tat, in der Tat. So, schon geht's. Wir haben jetzt eine Zeit lang nicht mehr in unserer Aufnahmewelt gespielt, das seht ihr schon. Wir haben jetzt eine Map, das ist neu dazugekommen. Genau, das sieht man hier, eine Minikarte. So, ja, die müssen wir alle wieder freischalten, natürlich dort, wo wir überall waren, ist freigeschalten. So, zum Teufel ploppen jetzt bei mir die ganze Zeit diese blöden Tipps auf. Kann man das dann irgendwie ausmachen, das nervt es mich leicht. Ein schöner Teleporter, wunderschön. So, na gut. Ehrlich gesagt, nicht mehr, wo wir stehen bleiben. Weil ich weiß doch, dass ich... ...Fackeln kraften kann, jetzt. Komm, jetzt hört auf mich zu nerven. Oh, wie ich sehe... Hey, ich glaube, es hat funktioniert, da ist richtig viel Wachs gewachsen. Coole Sache. Also mit diesem Queen-Spy hat es irgendwie funktioniert. Wunderbar. Cool, cool, cool. Lass es nur dran. Jo, vielleicht wächst ja noch ein bisschen was. Ha, dieser scheiß Tipp, verschwinde endlich. Sau, ey. Ja genau, da muss man, glaube ich, in Wasser drin. So, hast du irgendwo Water? Ja, das müsste man eigentlich in der Kiste drin haben, oder? Normalerweise. Okay. Dann in der Kiste, in welcher Kiste? Ha, ha. Komm, mal. Kletheit, Holz, Stein, Stein, Sonstiges, oder? Wahrscheinlich, habe ich mir so. Jo, da haben wir Water. Hey, da ist ja jetzt eine Viech da. Äh, äh, äh. Bleib da! Ja! Äh. Du. Ausempfindlich fällst du wieder so schnell in den Spiel, das ist echt krass. Zack und zack. So. No man, ich habe nur acht, äh, drei Axtons bekommen. Mann. Ist das jetzt, äh? Ja, wunderschön. Äh, wir sehen uns nochmal. Aber es müsste auf der anderen Seite noch ein bisschen was machen. So, ich sche. Genau, wir brauchen jetzt, wie ich sehe, eigentlich wieder Matten, ne? Für unser Haus eigentlich. Ja. Ah. Aber ich muss jetzt erstmal mein Inventar-Besel aufräumen, das ist echt ziemlich voll. Hm. Kann ich hier irgendwas wechseln? Wo ist eigentlich mein Touchstone? Das wäre mal interessant. Oh, kann man nicht irgendwie dieses Tutorial irgendwie ausschalten? Das nervt mich gerade. Weil ich musste, ähm, mein, mein Computer neu aufsetzen und genau. Da, um das Spiel auch neu installieren. Eigentlich nicht immer neu installieren, aber irgendwie hat es sich halt zurückgesetzt. Und jetzt kommt halt ein Tutorial. Und das merkt mich. Ja, bei mir ist nicht mal am Anfang ein Tutorial gekommen. Ja, bei mir auch nicht. Das haben es halt durch ein neues Update wahrscheinlich da noch reingebracht. So, dann tun wir mal wieder ein bisschen Obsidian da einschmelzen. Oder halt mal. Wie viel Holz haben wir denn? Oh, wir haben so viel Holz. Okay. So, jetzt tun wir mal das da so rein. Holz. Das ist wieder. Ja, das ist... Das ist... Das... So, jetzt mal die Kohle da unten holen. Und schreiben es erneut hier rein. Ohne. Oh, Alter, jetzt hat es gerade wieder voll gelandet. Ich dachte, ich habe das Ding runter. Ja, ähm... Was es bei uns so Neues gibt, ähm... Eigentlich nicht viel. Wir haben... Gib es zu, Skull und ich haben noch eine zweite Welt. In... Great US. Ja, so schaut das aus. Und zwar, das ist aus dem Grund so... Weil, wenn er mal nicht da ist... Und wenn ich Lust zu spielen habe, spielen wir auf der anderen Welt. Wenn ich nicht da bin, spielt er auf der anderen Welt. Lautsand spielt auch ab und zu auf der anderen Welt. Immer so, wenn nicht alle da sind. Wenn einer von uns fehlt. Und... Wir sind da, glaube ich, weiter als wir auf dieser Welt. Es ist einfach wirklich so. Es ist schwer... Leider so. Ja... Es ist schwer einen Zeitpunkt zu finden, wo wir beide einfach Zeit haben, ein bisschen aufzunehmen. Wenn ihr wollt... Hier mal so einen... Tränen und sowas... Let's Show oder wie auch immer. Machen wir auf der anderen Welt. Aber das müsst ihr in die Kommentare schreiben. Genau. Macht das jetzt am besten. Wenn ihr ihn sehen wollt. Wenn ihr ihn sehen wollt. Sonst zeigen wir euch sie. Die ist echt riesig. Aber... Wirklich... Zum... Lautsand rüber. Haben wir einen ganzen... Gebaut. Und ähm... Pascal hat auch mal angefangen auf diese Welt zu bauen. Auch ein Baumhaus, glaube ich war es. Aber der war länger nicht mehr drauf. So... Jetzt rede ich die ganze Zeit und jetzt renne ich die ganze Zeit. Und dann hat er auch dieses Millen. Das wäre alles. Ja... Die... Du... Pflanzen, 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 und das... Ich habe das noch mal rein. Ach.. die behalte ich mal zum Heilen. Die muss gleich. Jetzt müssen wir unsere Kisten überarbeiten. Wartwissen? Ja, ich weiß schon Denk mal du machen, weißt ja kein Bock Die Jagd ist da, Arcton, was brauch ich denn das alles? Wunder Voll Du blödes, beschissenes Tutorial, das nervt mich nicht Holz, 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 Holz Dann mach ich, kauf dich halt, schnell die Scheißzelt Ah, lass mich das auswählen Ach, ich brauch vier davon Dankeschön, einig Alles voll hier, was ist denn da? So, genau, jetzt wollte ich meine tolle Kiste noch machen Da Arctech Chests Melted Vox Wo haben wir denn geschmolzes Wachs? Wachs, 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 Wachs Äh Bei Müll drin? Nee Bei... Interact with me? Nein Hm Gekroftet Da ist es dran, was ist das? Wie viele Kisten soll ich denn machen? Eins, zwei, drei, drei Was machst du denn? Arctech Chests Ich hab's da einfach mal da oben hin Weißt du was, ich hau's da einfach mal da oben hin Und du darfst jetzt hinhauen, wo du willst Ah, was machst du? Dann machst du... Ja, oder? Ja, oder? Ja, ich hab's da nur immer schlimm getan, dass du's dann nehmen kannst So, die... So, die... Hast du da hin Rönig, so Ja Ich kauf der Tochter des Zwei noch rein desto wieder... Bap Und bap Brinde, weiche mal Dumm, da dumm, da dumm, ähm... Müll Wir könnten Müll eigentlich mal umbenennen in... Äh... In was könnten wir's umbenennen? Erde Und... Blätter Achso... Blei... Da... Da... Ja, du musst du das, äh... Bei Sonstiges ein bisschen sortieren, weil da haben wir ja Schmutz und... Oje... Wieso ist eigentlich bei Sonstiges... Holz drin? Okay, ähm... Das da... Das da... Das da... Erd und Blätter... Cool Geschreddete Leaves... Ähm... Glaub auf Gott, haben wir dann schon viel, ne? Achso, ja... Brauchen wir vielleicht später nochmal... Das war das Obsidian... Das ist da schon schön eingeschmolzen... Bei Wertvolles... Da könnte man noch das... Ähm... Turmaline reinhauen... Dann Obsidian... Obsidian Slap... Infused Crystal... Kohle... Crystal Map? Ja, natürlich... Wollen wir die Queen hier eigentlich bei Pflanzen... Ja... 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 Machen wir es da einfach... Pflanzen rein... Wird schon passen... Erde... Le... Scha... So... Gerdvollwasser... Achso, da ist das Obsidian... Kohle... Und... Warte, bei... Gejagtest... Da brauch ich mal was... Was hab ich da gebraucht? Mal... Genau, also... Da brauch ich dann... Obsidian... Iris... Mode... Gut... Feral... Pixiii... Warm... Ja, gut... Scheiße... Da hab ich nix mehr davon... Ich komm wieder... Na ja, wirst... Ich komm wieder an meinem Gejagten... Achse da rein... Bei... Beim Stein... Sonst legst du hier einfach mal Fossilien rein Ach da passiert hier noch ein bisschen das... ...eine Ware, so Naja, so Okay, ich muss das unbedingt wissen Ich möchte das... So? So? Und... Ich glaube ich gehe mal dann auf... ...Arkstone, ja? Jo... Das kann nicht schaden Und ich muss eigentlich mal diese äh... ...diese warmen Würmer... ...Zähne... ...finden ...kann wir aber erstmal ein Opsi... Oh man... Ne, warte... ...ich nehme gleich das Schwert her ...Moridad... ...mörder da... ...kann ich mich nicht richtig... ...ich habe noch gejagt... ...und zwar... ...mörder da... ...zuwe... ...kann tausk ich geh... ...druck... äh, aber in welche Höhle? am 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 du hast hier alles verschlossen oh, das draußen wächst ja schon schön so, warte, ich brauch mal kurz ne Höhle ne tiefe Höhle wunderbar also wenn mir dieses Tutorial jetzt wirklich anzeigt jeden Scheiß anzeigt das wird mich jetzt richtig nerven weil es zeigt mir sogar an, dass ich jetzt einen Prozessor baue und sollen, Holzschwerdkraften sollen dies und jeniges ey, das nervt mich grad außer halt die Aufnahme dafür naah, man soll es ausgehen genau die 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 Ich brauche eigentlich nur ne Höhe oder ne Tiefe Weil ich muss ja warme Würmer fangen Was kann ich denn noch torch... ah ne, was... Woodrot nachwischt Die 18 Fackeln werden hoffentlich reichen Immer tiefer runter... uah Da haben wir moderneres Licht, und... Okay, das ist... tief Huh, hu, da gibt's... Mineralwasser schön Gut, Pflanzenwürfel sind... Oh, das sind wieder... Clowing mushrooms, das ist so schön Zack, auch ein bisschen Licht Das ist so schön Ach, ich hab falsche Tasten gedrückt Ach, ich hab falsche Tasten gedrückt... Ah, ich bin weiter oben Ah Cool, dann lassen wir rein Das hat echt viel... Oh, nur eins da, mal wieder klauen Oh, da sind echt viele... Clowing mushrooms, das gefällt mir Boop, 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 boop Boop, boop, boop Dann noch einer So ist gut Ich packe die Nerven, die ganze Zeit Einfach im mittelnden Raum stehen, ne? Ja, da... Saltstein, ja, wie's gut Alter, hier ist echt grad viel Saltstein Weißt du was, ich hau mir da jetzt meinen Teleporter hin Das kann doch nicht schaden, da so eine Höhne zu haben Das kann doch nicht schaden, da so eine Höhne zu haben Ach, den müssen wir jetzt wieder einsammeln, ne? Da war ja was Ja, das haben sie auch gemacht, mit dem A Okay, das nervt mich jetzt Wir müssen wieder einsammeln, muss erst Ja, geil Dann hab ich auch theoretisch zwei, wenn ich den einsammel Jo, jetzt hab ich zwei von den Teleportern Nein Dann tun wir mal meinen Müll mit dazu rein Gib mir... Mal Chance Ey, wo ist mein Steinschild? Wie ist das so häng ich hier fest? Wie ist das so häng ich hier fest? Ist das da? Nein Da Also, wo ist die Zaune hinflang? Ja komm her, komm her, komm her, da durch Wegschauen Und... Und... Äh... Äh... Da Crystal Uh, Alter Was war das denn jetzt? So was brauchen wir nochmal das Infused Crystal? Ha, gute Frage Ich hab keine Ahnung Für irgendwas werden wir schon wieder brauchen Alter, wie viel Schaden macht das denn, das Scheißviech? Ah, nein, fress mal Weil wir haben keinen Eisen-Winges Doch, sicher Eisland, ja Wo denn, weil wertvoll ist nix drin Oder... Oh, warte, ich hab's wohl wieder rausgetan Oder... Warte, schau gleich nach Warte, schau gleich nach Aber ich brauche das Eisen ja jetzt Weil ich möchte mir ja was kraften Ja, 17 Bahnen hab ich 17 Also, wir haben nicht grad viel Eisen eigentlich So... Ironhound Okay, zwei so Zähne brauche ich da noch Wie lustig, dass du ne K... Was ist lustig? Du soll ne Kiste rein tun haben Achso Äh, wie lustig Don't know why Hallo du dann Hallo du dann Hatten wir natürlich nur einen Zahn dabei, das Scheißviech Wo findet man eigentliche Achso, wo man Eisen findet Da ist Ebene Ähm... Auf der Obsidian Ebene Denk ich mal, glaub ich Hör Na, Korolle Ich bin nicht mit... Ich bin nicht mit... Ich bin nicht mit... Ähm... Wo hast du denn? Ich finde das Spiel hat so Potential Ja das stimmt, das Spiel hat echt Potential Ich hoffe das ist echt noch in der Alp Ja, also für die Alpha macht es mir echt sehr viel Spass Weil da werden wahrscheinlich noch einige Maschinen dazukommen Waffen fallen und was weiß ich Zum Beispiel noch ein Bogen oder so Das wäre vielleicht ganz cool Bogen wäre echt cool Ich weiß nicht, Bogen Dafür hast du ja die komischen Kulturen Ich weiß nicht ob ich jetzt schon mal Wie ich noch vor habe Aha Okay Okay Ich fahre einfach mal Ein schöner Weg Ich finde, da findet man fast mehr, als wenn man die Fächer unten baut Das kostet echt viel Zeit Ja, ich grabe gerade einfach so einen komischen Gang hier Ich glaube, Eisen ist nicht in der Kohle-Ebene Ich glaub's echt nicht Doch, ich hab da ja eigentlich auch schon Eisen gefunden Es müsste also da irgendwie sein Ach, die Kohle... Ich muss... Oh fuck, oh fuck, oh fuck Oh fuck, oh fuck, oh fuck Oh fuck, oh fuck, oh fuck Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck Fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck Ich brauch Wasser... ach Gott sei Dank Ja, da sind überall so glowing mushrooms, die will ich mitnehmen, aber da sind auch die ganze Zeit die scheiß Viecher da Das... das... nervt mich grad Glowing mushrooms, eh Aber da haben wir... daheim haben wir eigentlich schon relativ viele noch Ich weiß nicht, vielleicht von unserer anderen Welt... Oh, Eisen! Ich hab Eisen gefunden! Oh fuck Ja, Eisen ist immer gut Okay, ich geh vielleicht mal ganz kurz ins Wasser da rein Kill die scheiß Viecher und nehm da Eis mit Komm her, komm her Komm her Ja, genau Komm her Wegschauen Ich mag nicht Oh fuck, oh fuck, oh fuck Oh fuck, oh fuck Ah, es gibt mir noch im Wasser drin Wieso killt ihr mich? Ah! Haben sie sich jetzt auch gefixt, oder was? Was denn? Dass man wenn man im Mineralwasser drin steht Schaden kriegen kann Oh Gott sei Dank, ey Ich hab schon gedacht, ich muss sterben Oba So So Dann Da Da kann man eine wunderschöne Treppe Wie lange dauert denn das jetzt? Zweiehalb Minuten? Hm Ich war nicht mal so weit weg von mir, glaube ich Ich sehe deinen Namen auf meinem Bildschirm Ja, ich bin eigentlich direkt unter dir Mal schauen, ob da noch ein bisschen Eis... Oh Alter, ich hab grad voll die Eis in... Eisenader Wow, Alter Ich such grad, ich such grad wie ein Depp Eisen oder so Alter, ich hab... ja Aber... oh, ich glaub, äh, Eisen ist in der Siltstone-Ding drin Ich bin in der Fossil-Ebene Ääääh, Fossil nicht Ich mein von der Stelicite-Ebene Oh Mal ein Stückchen weiter nach unten Verhoffnung Jetzt kommt schon... Alt bin ich in der Stelicite-Ebene Genau, die mein ich Ich bin in der Stelicite-Ebene Ähm, steht das da irgendwo... Ähm, steht das da irgendwo... Äh... Ne Sie Schaut auf mich nichts Doch, ich habe grad... 1, 2, 3, 4, 5 Dinge gefunden Hast du das mit den Advanced, ähm... Ah, wieder Glowium-Mashrooms, das freut mich. Alter, finde ich denn da jetzt vieles Psych-Game. Ich glaube, mit Magnetheil werden wir wahrscheinlich nicht mehr in der Welt. Es ist unterschiedlich, nur immer auf welcher Welt du bist. Ja, auf jeder Welt ist es irgendwie unterschiedlich, was man da findet. Komisch hinklig. Alter, hier sind so viele Salzsteine, ey. Oh, oh, oh. Oh, oh, was? Ja, wenn ich es auf meine Map gucke, bin ich irgendwo fast mitten im Meer. Stimmt eigentlich. Noch bissl weit und ich bin im Meer. Oh, gleich ist abgekackt. Du bist auf dem Land. Grad noch so, ja. Ja, schau mal mich an. Öffne mal deine Map und dann siehst du irgendwo... Bist du das Rot? Oh ja, du bist echt fett im Meer drin. Was machst du eigentlich mit dem Meer? Ich weiß nicht, dass ich im Meer bin. Ich grabe gerade ein Tunnel. Also bitte nicht nach oben graben. Also bitte nicht nach oben graben. Oh, das Tutorial, das nervt mich gerade so. Kann man das nicht irgendwie schließen? Wir sind weg. Wir sind weg. Nein. Mann. Schau mal, ein bisschen nach... Gott wird sich da. Ich hoffe nicht, dass ich ins Wasser komme. Dafür bin ich zu weit unten. Das geht mit dem Meer rein. Naja, ich teleportier mich jetzt zurück. Teleport. Der lebt nicht halt wieder überall. Das ist wunderschön. Aber warte mal ganz kurz. Da ist mein Ding. Wenn ich da jetzt Reclaim drücke, aaaaah okay. Wenn du auf T drückst, ne, da steht doch Teleport Channel und Reclaim. Wenn du auf Reclaim drückst, dann... Tust du den einsacken, also musst du nicht persönlich zu dem hingehen. Also reclaimen und dann kannst du ihn wieder setzen. Bullshit, wir hätten es noch gleich so lassen können wie es war. Ja, verstehe ich auch nicht. Hier habe ich schon mal einen gefunden, das freut mich jetzt. Und tot. Wollt gerade eine Facke setzen, damit keine Viecher spawnen und man so einen abpascht. Alter, wie Uhr! Alter, Kohle, Kohle, Kohle? Darf ich das Kohle da abbauen? Ich tue das Kohle abbauen. Ach, hast du kein Extractor dabei, kann das sein? Noll, das Viecher ist einfach weg. Kohle, Kohle, Alter. Kurz zu meinem Volk. Eins, Alter, wieviel Kohle du da gefunden hast? Ich bin noch gar nicht daheim. Warte, wieviel Kohle haben wir daheim, weißt du es ungefähr? Ach, gehst du gerade den Gang entlang oder wie? Weil ich überleg mir gerade, ob ich das Kohle mit dem Advanced-Ding da abbauen soll oder nicht. Weil es kommt darauf an, wieviel, äh, Ding wir halt haben, ne? Wieviel Kohle. Ich glaube, ich habe gerade in der Map die Unterwelt gesehen. Also, runden Höhlen in der Unterwelt und so. Oh, da ist Eisen. Soll ich es abbauen? Ja, mit Advanced bitte. Warte, ich tue es mal freischalten, dass du es einmal mitnehmen kannst. Achso, Haupt. So, warten wir mal weiter in... Ich teleportier mich mal... Äh, scheiße, ich habe es nicht gesetzt. Das ist ja... Ah, warte. Oh Gott. Ich dachte, wir hatten mal Probleme mit Magnetzeit. War das auf der anderen Welt, oder? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Irgendwann weiß ich, haben wir Magnetzeit... Dann auch irgendwann mal... ...böstes Problem. Viere Höhlen in St Park... Apparently, wir lassen die Höhlen habe die Luft noch nicht weg. Hier zu müssen einigen夢 Nutzer. Da gibt es auch... Und ich habe es auch wieder geben den파 30-j kale Foulca inspelungen. Äh, das tue ich bei gecroftet rein Gecroftet-Grenze? Gejagd ist da Ah genau, ich könnte jetzt auch schon das croften, meinen tollen Handschuh da Perfekt Wenn nur Geisen nicht Wertvoll Tourmalinen Obwohl wir haben doch relativ viel Kohle, aber wir haben auch viel Obsidian, also Kohle haben wir eigentlich schon Oh oh, nein Ohhhhh Also zurück, Alter Das Diamonds Kein Viech, aber ich hau einfach mal Ja genau, das trifft mich durch die Wand, oder wie? Ich trifft mich nicht durch die Wand Ah ja, wie ihr seht, wir haben in unserer anderen Welt einen Super-Extractor gefunden, einen Blueprint, und den können wir jetzt auch schon bauen Können wir hier auch schon bauen? Ja, den können wir jetzt auch hier schon bauen Weltübergreifend, oder? Das ist komischerweise weltübergreifend, ja Oh, ich hab Matt gefunden, Matt Oh, geil Oh, geil Oh, geil Ich hab' mit euch Ich hab' mit euch Ich hab' mit euch Gejagt es Ich muss mir das ganze Zeug hier loswerden Ist da alles da rein mit euch So, Stein Soldrock, Silstone Warte, das Holz, das nehme ich jetzt nicht zum Verbrennen her, sondern ich nehme die ganze Kohle her, die habe ich nicht so viel So, und tu ich mal das ganze Eis einschmelzen So, baum Eisen, Eisen, Eisen So Und, wie kommst du voran? Ähm, ja, es läuft, ich hab grad diese Kohle gefunden Kohle, Kohle, Kohle Kohle Kohle, Kohle Mal wieder in Richtung und Mit Gunpowder Machen wir bei Gejagd es rein Hat er da schon Gunpowder dran? Nein Mal hier oben drin Halt, nein, nein Habe eine Höhle gefunden Eine Höhle Eine Höhle Jetzt hier mal den Teleporter Weiten Was ist denn das? Shorewood Okay So, jetzt einfach mal Yellow Pigment heucht auch einfach mal rein Stonewall Okay Touchdown, genau Mega Gefühl, dass das die selbe Höhle ist Wer ich schon mal war Chill So viel Chlorine Mushrooms Ja, das ist unglaublich, ich habe auch so viel gefunden Da unten ist Sikes Rod Ich bin mir nicht sicher Ich verklig mich ganz sicher Auch weil sie Mineralwater Ähm, Fossilien Diese sind wohl drin Ich baue gerade nur eine Brücke zu einer Truhe, die ich gerade von hier aus seh. Ah nein, oh, ich hab mich geert, das ist doch keine Truhe. Äh, das ist so ein komischer Wurm. Voll verkackt. Also mir passiert eigentlich immer so, oh cool, eine Truhe und dann, ja, Wurm. Oder andersrum, oh cool, ein Wurm, nein, eine Truhe. Alter. Immer das, was ich eigentlich brauche, ist es doch nicht. Wollte ich jetzt noch, hätte es. So, wo ist er denn, wo ist er da, Sam, Sam. Warte, wie viele... ...Stormort... ...oder, nun... Stein, Stein, Stein. So, wir haben jetzt eine schöne Brücke hier hoch. Zeig mich. ...undervolle. Was brauche ich denn dafür, jetzt drin ist? Pflanzen. Da. Das will ich wissen. Hier. Da. Das wäre straight, geradeaus. Also, das gehört nicht. Das ist, was ich mir nicht merken kann, genau noch Holz jetzt. Ähm... Hier, hol das einfach. So. Einen... ...Prozessor. Ups. Ich habe jetzt noch einen dritten Prozessor gebaut, ne? Und ich glaube, ich werde noch eine... ...dritte Schmiede jetzt da machen. Ich glaube, der Teleporter ist von dir in unserem Haus. Ne, deiner ist ein... ...Halt. Wo ist deiner hin? Ach so, also mein Teleporter ist unten im... ...Ding. Im... ...in einem Loch, aber warte. Ganz kurz. Ich tue meine ganz schnell in unser Haus reinstellen. So. Kannst dich zu mir teleportieren. Wunderbar. Merci dir. Äh, hast du, äh... ...das ganze Zeug mitgenommen? Eisen. Das habe ich für dich hier aktiviert. Dass du es mitnehmen kannst. Ansonsten ist es auch wurscht, sonst verlierst du mir dann einfach. Da. Noch nur die Höhle erkunden, eigentlich. Vorher die wertvollen Sachen wegschwunden. So. Weil Mac ne Zeit. So. Das ganze Zeug mal einsammeln hier. Lalo. Lalo. Super. Da mag das schon mal. Auf zum nächsten Mal. Oder ist du unten noch was? Lalo. 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 Guck, wie ihr seht. Baut er jetzt... Ups, das ist ja Kohle. Ups. Ich hab das irgendwie voller als Eisnes angeschaut. Ich deb? Na gut. Egal. Also, wie ihr seht. In 18 Sekunden hat er da... 18 Kohlestückchen da... Abgearbeitet. Wunderbar. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Wunderbar. Wunderbar. Wunderschöne Sache. Wunderschöne Sache. So, danke für den Tipps. So, ähm... Ja, oder wie ich muss sagen... Weiter durch diesen Tunnel da. Wunderschöne Sache. Vielen Dank.